Musik Grüß dich, ich bin der Bo Martin. Ich bin der Melker von der Bierberg-Alm. Ja, ich bin im Sommer gerne hier im Stilupptal. Das ist ein Seitentol vom Zillertol. Das schönste Seitentol, sagt man. Wenn man da reingeht, durch die Stiluppe, dann sieht man links und rechts nur Wände und Wasserfälle. Traumhaft da rein. Ja, ich bewirtschafte da 20 Milchkühe, 20 Gors und 16 Stück Jungvieh. In der Früh ist das Melken. Dann versorgt man die Kühe und lässt sie raus. Auf den Weiden sind die grossen. Dann geht's zum Frühstück. Dann muss man die Milchwanne wieder säubern. Alles sauber machen. Wenn schönes Wetter ist, dann muss ich zur Heuernte raus. Ca. um 4 Uhr kommen die Kühe wieder im Stall. Und dann werden sie gemolken. Ich mache das. Und ich mache das schon seit 10 Jahren. Da finde ich mehr Ruhe auf der Alm. 2 1 1 2 3 2 3